Herr Dr. Kliemann, wie ist Ihr erster Eindruck vom Ludwig-Ehrer-Symposium 2014? Ja, so wie ich es erwartet und erhofft habe. Es hat mir viel Spaß gemacht und Freude gemacht, hier an der Eröffnung teilzunehmen, zur Eröffnung sprechen zu dürfen, zu interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, tausend ungefähr, die da gewesen sind, Praktiker, Studierende, Lehrende, eine hervorragende, tolle Mischung. Am meisten Spaß machen wir die Diskussion im Anschluss. Ich hätte noch stundenlang diskutieren können. Dazu war jetzt nicht die Zeit und die Möglichkeit. Das ist oft so bei solchen Veranstaltungen. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da mitgegangen sind. Und ja, dann macht das nur Spaß und Freude. Vielen Dank.